Ich werde ohne Konflikt leben und sehen, was das bedeutet. Ich mag unterdrückt werden. Ich frage mich, ob ich untergehen werde in der Gesellschaft, wenn ich nicht kämpfe. Ich persönlich habe nie gekämpft. Das Leben ist also ein Kampf geworden. Und für mich persönlich bedeutet diese Lebensweise, auf die zerstörerischste, unschöpferischste Art zu leben. Ich werde so nicht leben. Ich würde lieber untergehen.